Nächte 1. Freunde. Jim sieht traurig auf die Uhr im Wohnzimmer. Es ist Samstag, 20 nach 3. In 10 Minuten geht es los. Das Topspiel in der Fußball-Bundesliga. RB Leipzig gegen Bayern München. Mit 42.000 Fans hier im Leipziger Stadion. Auch Mats und Nora sind dabei. Aber leider ohne Jim. Vorsichtig legt Jim sein Bein mit dem dicken Verband auf das Sofa. Er hat Schmerzen. Aber nicht nur das Bein tut weh. So ein Pech. Am Montag war die Welt noch in Ordnung. Und wie? Mats hatte in der Pause die große Überraschung. Hey, mein Vater hat Tickets für uns. Leipzig gegen Bayern. Freikarten von seiner Firma. Wir schauen das Spiel an. Wir drei zusammen. Und dann am Dienstag der Unfall. Jim fährt mit dem Skateboard nach Hause. Er fährt zu schnell. Plötzlich liegt er auf der Straße. Alles tut weh. Vor allem das linke Bein. Du hast Glück gehabt, hat die Ärztin gesagt. Wir brauchen keine Operation. Aber du bekommst einen dicken Verband und du musst eine Woche ruhig zu Hause bleiben. Oh je. Bis gestern hat Jim noch gehofft. Er kann schon wieder ein bisschen laufen. Sein Plan war, mit dem Bus zum Stadion fahren und dann... Du spinnst, hat seine Mutter sofort geantwortet. Das geht nicht. Du bleibst natürlich zu Hause. Wie schade, hat Mats am Telefon gesagt. Dann frage ich meinem Bruder. Vielleicht kommt er mit. Ja, wirklich schade, denkt Jim. Er kann das Spiel auch nicht im Fernsehen sehen. Live kommt es nur auf Soccer24. Dieses blöde Pay-TV. Außerdem ist er ganz allein zu Hause. Seine Eltern besuchen heute Nachmittag Oma Lotte. Was kann er jetzt tun? Das Spiel im Radio hören? Nein, das macht keinen Spaß. Lesen? Nö, auch keine Lust. Ding Dong! In diesem Moment klingelt es an der Tür. Wer kann das sein? Er geht langsam in den Flur und macht die Tür auf. Mats? Nora? Aber... Hallo Jim! Los, hopp, hopp! Das Spiel beginnt gleich. Jim versteht nur Bahnhof. Aber... Ihr wisst doch, ich kann nicht mitkommen. Das geht nicht. Schon klar, lacht Nora. Wir wollen auch nicht ins Stadion. Wir gehen nur eine Straße weiter. Zwei Minuten von hier. Dort wohnt Philipp, mein Cousin. Er hat Soccer24. Wir sind herzlich eingeladen. Komm Jim, wir helfen dir. Aber... Die Tickets. Ihr habt doch schon die Karten. Mats sagt fröhlich. Die hat jetzt mein Bruder. Er findet das super. Er hat auch zwei gute Freunde. Nora legt ihren Arm um Jim. Hey Jim! Wir haben doch gesagt, wir schauen das Spiel an. Wir drei zusammen. Also los, gehen wir! Geschichte 2 Im Park Lea ist sauer. Sie möchte so gern einen Hund. Aber ihre Eltern sind dagegen. Heute Morgen hat sie wieder einmal gefragt. Bald ist Weihnachten. Lea darf sich etwas wünschen. Sie hat so sehr gehofft. Aber nein, keine Chance. Das geht leider nicht, mein Liebling. Hat ihre Mutter wie immer gesagt. Das weißt du. Traurig ist Lea aus dem Haus gelaufen. Über die Straße und in den Park. Die Hasenheide. Sie liebt diesen Park. Auch im Winter. Ihr Lieblingsplatz ist die Bank am See. Von dort kann sie alles sehen. Die Sportler, die Spaziergänger, die Tiere. So viele Leute in Berlin haben einen Hund. Nur Lea bekommt keinen. Wir haben einfach keinen Platz für einen Hund. Unsere Wohnung ist viel zu klein, sagen ihre Eltern immer. Naja, das stimmt schon. Lea kann das auch ein bisschen verstehen. Nein. Vielleicht ein anderes Haustier, hat ihr Vater gefragt. Ein Goldfisch zum Beispiel. Aber Lea will keinen Goldfisch. Der schwimmt und glotzt und schwimmt und glotzt. Mehr nicht. Sie will einen Hund. Ein Hund ist wie ein Freund. Nein, danke, hat Lea gesagt und ist schnell in den Park gelaufen. Lea sitzt jetzt auf ihrer Bank am See. Eine alte Dame, Mithund, kommt und setzt sich neben sie. Der Hund bellt. Er will keine Pause machen. Er will weiterlaufen. Lea kennt die Dame. Frau Spitz, die neue Nachbarin. Sie wohnt seit einer Woche in Leas Haus. Guten Tag, Frau Spitz. Ist das Ihr Hund? Der ist ja hübsch. Wie heißt er denn? Das ist Pink, antwortet Frau Spitz. Mein kleiner Liebling. Mit ihm bin ich nicht so allein. Aber ich glaube, er ist nicht glücklich mit mir. Er ist noch sehr jung und will immer in den Park gehen und laufen und spielen. So oft kann ich das nicht. Vielleicht bin ich einfach schon zu alt für einen Hund. Moment mal, Frau Spitz, sagt Lea. Ich habe eine Idee. Eine gute Lösung für alle. Für Sie, für mich und auch für meine Eltern. Eine halbe Stunde später kommt Lea fröhlich nach Hause. Pünktlich zum Mittagessen. Hallo, sagt ihre Mutter überrascht. Da bist du ja wieder. Alles wieder gut? Ja, Mama, alles wunderbar. Also, ich bin einverstanden. Ihr müsst mir keinen Hund schenken. Prima, sagt ihr Vater. Also doch einen Goldfisch zu Weihnachten. Nein, Papa, keinen Goldfisch. Lea lächelt. Ich habe eine andere Lösung. Ohne Goldfisch. Geschichte 3. Der Klassensprecher Ding Dong, Ding Dong. Es ist Viertel vor eins. Der Unterricht ist zu Ende. Endlich kann Paula nach Hause fahren. Sie will gleich weitermalen. Sie malt und zeichnet gerade in jeder freien Minute. Sie muss üben. Die Stadt München organisiert einen Kunstwettbewerb. Jede Schule kann zwei Schüler schicken. Paula möchte so gerne für ihre Schule das Franz-Marc-Gymnasium mitmachen. Aber sie ist unsicher. Vielleicht ist sie nicht gut genug. Plötzlich kommt eine Durchsage. Paula Becker, bitte sofort ins Büro von Frau Steiner. Wie bitte? Zur Direktorin? Gibt es ein Problem? Aber im Moment ist doch alles in Ordnung. Paula ist immer pünktlich. Sie macht ihre Hausaufgaben. Und ihre Noten sind okay. Achtung, Achtung! Paula Becker sofort zu Frau Steiner. Ich komme ja schon, denkt Paula genervt und geht langsam zur Direktorin. Was hat sie falsch gemacht? Oje, hat dieser Anton... Oh nein, so ein Idiot! Diese blöde Geschichte von gestern. Also, gestern in Biologie. Na ja, es ist langweilig. Und Paula hat wie immer Lust zu malen. Sie hat Stifte, aber kein Papier. Deshalb malt sie direkt auf den Tisch. Ein Bild von ihrem Biologielehrer, Herrn Liebig. Ein sehr lustiges Bild. In der Pause will sie den Tisch natürlich sauber machen. Plötzlich steht Anton neben ihr. Dieser furchtbare Anton. Paula findet ihn total unsympathisch. Er ist ein richtiger Streber. Und er ist der Klassensprecher. Aber Paula spricht nie mit ihm. Anton steht also neben ihr mit seinem Smartphone in der Hand. Moment mal, sagt er und macht ganz schnell ein Foto von Herrn Liebigs Bild. Hey, was machst du da? Spinnst du? Paula ist echt sauer. Aber Anton lacht nur doof und geht. Paula steht jetzt vor dem Büro von Frau Steiner. Klar, denkt Paula. Anton hat das Foto sofort der Direktorin gezeigt. Sehen Sie, Paula macht Tische kaputt. Paula macht böse Witze über nette Lehrer. Frau Steiner findet das sicher gar nicht lustig. Kurz, Paula hat ein großes Problem. Und den Wettbewerb kann sie jetzt sicher auch vergessen. Paula klopft. Herein. Frau Steiner sitzt an ihrem Schreibtisch. Neben ihr ist Herr Macke, der Kunstlehrer. Frau Steiner hat Paulas Zeichnung in der Hand. Na, Paula, weißt du, warum du hier bist? Fragt sie. Ja, sagt Paula leise. Anton, das Foto, also, Entschuldigung, ich. Die Direktorin sieht zu Herrn Macke. Die zwei lächeln. Herr Macke sagt, Anton hat uns noch mehr Fotos von deinen Bildern gezeigt. Was, ruft Paula, aber das ist nicht okay. Das kann er nicht machen. Ganz ruhig, Paula, sagt Frau Steiner und zeigt auf das Bild. Also, wir finden deine Zeichnungen wirklich toll. Du hast großes Talent. Wie bitte, denkt Paula. Was ist denn jetzt los? Anton hatte auch eine Idee, sagt Herr Macke. Eine Idee, fragt Paula unsicher. Es gibt doch bald diesen Kunstwettbewerb. Wir haben noch keine Schüler für unser Gymnasium. Anton hat gesagt, du bist sicher die Beste. Aber du hast vielleicht Angst und deshalb zeigst du uns deine Bilder nicht. Also hat er das für dich gemacht. Frau Steiner legt ihre Hand auf Paulas Arm. Also, wir finden die Idee von Anton sehr gut. Und was sagst du? Geschichte 4 Familienabend Ein warmer Frühlingstag in Dortmund. Familie Schnupp sitzt in der Küche beim Abendessen. Pia und Florian mit ihren Eltern Ute und Erwin. Machen wir heute Abend mal etwas alle zusammen? fragt Ute. Habt ihr Lust? Eine gute Idee. Aber sofort ist klar. Die drei haben keine Lust und keine Zeit. Pia will mit ihrer Freundin Mia skypen. Florian möchte das neue Videospiel Monster City testen. Und Erwin muss natürlich Fußball sehen. Champions League. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Sein Lieblingsklub Borussia Dortmund spielt gegen den FC Barcelona. Schon gut, sagt Ute. Das war nur eine Frage. Zehn Minuten später sitzen die drei schon an ihren Computern oder vor dem Fernseher. Ute macht sich einen Tee und geht auf die Terrasse. Ein wunderbarer Abend. Sie will ihr Buch weiterlesen. Kurzgeschichten von Peter Bixl. Das macht Spaß. Sie liest und liest. Langsam wird es Nacht. Plötzlich stehen Pia, Florian und Erwin vor ihr. Alle drei sind total genervt. Oje, was ist denn mit euch los, fragt Ute. Ich weiß nicht, sagt Pia. Plötzlich war Mia weg. Dortmund ist auch weg, sagt Erwin. Tor und zack, alles schwarz. So ein Pech. Dortmund macht ein super Tor. Und schon geht der Fernseher kaputt. Eine Katastrophe. Quatsch, Papa, sagt Florian. Das ist nicht der Fernseher. Das ist der Strom. Ganz einfach. Der Strom ist weg. Weg? Und wann kommt der wieder? Fragt Erwin. Keine Ahnung, antwortet Florian. Oh nein, das kann nicht sein, sagt Pia. Was ist los, fragt Ute. Mein Handy geht auch nicht mehr. Der Akku ist leer. Ganz ruhig, Pia, sagt Ute. Das ist doch kein Problem. Kein Problem? Und jetzt? Fragt Erwin. Warten und Tee trinken, antwortet Ute. Erwin, holst du bitte drei Tassen aus der Küche? Aber was machen wir denn jetzt? Fragt auch Pia. Keine Ahnung, sagt Ute. Ich habe ja mein Buch. Hier, sagt Florian. Ich gebe dir mein Handy. Aber ich will gar nicht telefonieren. Ich möchte weiterlesen. Ich weiß, sagt Florian. Aber du brauchst bald Licht. Mein Handy hat eine gute Taschenlampe. Danke, sagt Ute. Das ist sehr nett von dir. Wie ist dein Buch? Fragt Erwin. Er gibt Pia und Florian eine Tasse Tee und macht eine Flasche Bier auf. Sehr gut. Die Geschichten sind wirklich sehr spannend. Echt? Lies mal laut, sagt Pia. Wollt ihr das wirklich hören? Ute kann das nicht glauben. Aber alle möchten. Auch Erwin. Also liest Ute eine Seite laut vor. Weiter, weiter, sagt Florian. Das ist ja echt klasse. Findest du? Ute gibt ihm das Buch. Dann liest du jetzt eine Seite und danach Pia und Erwin. Okay? Alle finden das toll. Sie lesen die ganze Geschichte, dann noch eine und noch eine. Das macht richtig Spaß. Sie sprechen auch über die Geschichten und suchen dann die beste Geschichte von heute Abend. Erst um zehn Uhr, sagt Ute. So, jetzt ist aber Schluss. Schnell ins Bett. Morgen ist Schule. Das war super, sagt Florian. Das müssen wir bald wieder machen. Ja klar, sagt Ute. Und was habe ich euch beim Abendessen gefragt? Keine Ahnung, sagt Erwin. Was denn? Na, denkt mal nach, lächelt Ute. Und jetzt gute Nacht. Schlaft gut. Geschichte 5 Die Stimmen Ben kommt total kaputt nach Hause. Er ist allein. Zum Glück. Er möchte jetzt mit niemandem sprechen. Sie hatten heute ein wichtiges Basketballspiel. Seine Mozart-Schule gegen das Alpengymnasium. Das große Finale der Salzburger Schulen. Sie haben verloren. Sie haben 17 zu 29. Eine Katastrophe. Sie haben verloren. Und sie haben auch nicht gut gespielt. Deshalb ist er jetzt so sauer. Naja, da ist noch etwas. Ben war auch kein guter Verlierer. Nach dem Spiel hat er niemandem die Hand gegeben. Das ist natürlich unsportlich. Außerdem hat er seine Mitspieler kritisiert. Besonders Paul. Hey Paul, du hast keinen Punkt gemacht. Du hast nur Mist gespielt. Du Flasche! Hat er gesagt. Tut mir leid, aber... Hat Paul leise geantwortet. Und ist schnell weggelaufen. Ben hat kurz gewartet, aber Paul ist nicht mehr zurückgekommen. Also ist Ben nach Hause gefahren. Er geht mit seiner Sporttasche ins Wohnzimmer. Naja, das war nicht sehr fair, denkt Ben jetzt. Auch er war heute nicht gut. Aber muss Paul gleich nach Hause rennen wie ein kleines Kind? Schon ist Ben auf dem Sofa. Er ist wirklich sehr müde. Ach egal, denkt er. Paul ist jetzt zu Hause und alles ist wieder okay. Oder? In diesem Moment hört er eine Stimme. Alles gut, Ben. Mach eine Pause. Wie bitte? Wer spricht denn da? Ben ist doch ganz allein im Zimmer. Du bist müde. Schlaf ein bisschen. Ben kann es nicht glauben. Was ist das? Das Sofa kann sprechen. Ist das ein Traum? Aber nein. Er träumt nicht. Schon hört er eine andere Stimme. Aus der Küche. Junge, trink zuerst etwas. Ich habe eine Cola für dich. Wunderbar kalt. Hilfe. Hilfe. Das muss der Kühlschrank sein. Auch der Kühlschrank kann sprechen. Oder sieh fern. Das liebst du doch, Ben. Nein. Keinen Sport jetzt. Besser nicht. Aber einen guten Film. Harry Potter zum Beispiel. Das sagt der Fernseher. Das ist doch verrückt. Total verrückt. Fernsehen? So ein Quatsch. Hör lieber coole Musik. Mark Forster zum Beispiel. Sagt jetzt sein MP3-Player. Ich spinne, denkt Ben. Ich muss spinnen. Aber eigentlich ein guter Plan. Ein bisschen chillen. Mit Cola und Musik. Und später dann... Stopp! Ruft jetzt eine neue Stimme. Haltet mal alle die Klappe. Das ist ja alles schön und gut. Aber zuerst hat Ben noch eine Aufgabe. Und diese Aufgabe ist sehr wichtig. Wie bitte? Wer spricht denn jetzt? Die Stimme kommt aus der Sporttasche. Was denn? Brummt der Kühlschrank. Was ist denn jetzt so wichtig? Er weiß das schon, sagt die Stimme freundlich. Oder Ben? Ja, ja, ich weiß, sagt Ben und holt das Handy aus der Tasche.